Gustl Gestettenbauer war ein deutscher Bühnen- und Filmschauspieler. Leben sein Vater war der Schreinermeister Theodor Gestettenbauer, seine Mutter dessen Ehefrau Franziska, geborene Schreiner. 1926 lernte er den Artisten Georg Stark kennen, der ihn zum Akrobaten ausbildete. 1927 traten die beiden in Berlin auf, wo Eugen Klöpfer auf den begabten Jungen aufmerksam wurde. Seine erste Bühnenrolle hatte er mit 13 Jahren als Falstaffs Page in Heinrich IV. Im Berliner Lessing-Theater bekannt wurde er vor allem durch die Darstellung des Piccolo Gustl in der Operette im Weißen Rössel von Ralf Benatzky, 1927 von Karl Böse rollenthematisch verfilmt als der Piccolo vom Goldenen Löwen. Fritz Lang holte ihn 1928 in Spione für eine kleine Nebenrolle an der Seite von Willi Fritsch zum Stummfilm. Durch seine Rolle als kindlicher Ausreißer in Langs nächstem Filmfrau im Mond wurde 1929 erstmals auch ein größeres Publikum und die Filmkritik auf ihn aufmerksam. 1930 wurde in Berlin das auf ihn zugeschnittene Kinderbühnenstück Kakadu Kakada von Karl Zuckmayer Urauf geführt. Mit dem Aufkommen des Tonfilms wurden seine Engagements am Theater weniger, der Film trat in den Vordergrund. Unter anderem übernahm er Rollen in Delikatessen, Wien, Du Stadt der Lieder, Mädchen zum Heiraten und Soldatenkameraden. 1941 heiratete er die Artistin Gracie Schenk, mit der er während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Europa mit einer eigenen Schau zur Truppenbetreuung unterwegs war. Seine Karriere setzte Gestättenbauer auch nach dem Krieg fort, ab 1947 zusammen mit seiner Frau in einer neuen artistischen Schau. 1950 fand er wieder Anschluss an die Filmindustrie, hauptsächlich in Musik- und Heimatfilmen. Hier arbeitete er u. a. mit den Regisseuren Peter Ostermeyer und Anton Kutter zusammen. 1954 spielte er in Wenn ich einmal der Herrgott wär seine 100. Filmrolle. In den Jahren von 1969 bis 1971 spielte er in fünf Folgen der Serie Königlich-Bayerisches Amtsgericht mit. Von 1955 bis 1988 betrieb Gustl Gestättenbauer in Hindelang, Allgäu unter der Bezeichnung Filmstüberl, bei Gustl, ein Gästehaus mit Kaffee. Daneben war er als Maler aktiv. Er ruht auf dem Friedhof in Bad Hindelang. Auszeichnungen 1984. Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 1985. Deutscher Filmpreis? Filmband in Gold für langjähriges und herausragendes Wirken im deutschen Film.